Hallo, hier ist der Martin von Wandelmann-Kees, das ist die Lachs-Anlöse für Montag, jeden 23.10.2023. Wir haben noch eine Handelswoche im Oktober, dann noch zwei Tage, 30.31. Und dann sind wir schon fast im November angekommen. Ja, deswegen muss man langsam ein bisschen aufpassen, dass man die Lage neutral genug bewertet. Und momentan sehen wir auf jeden Fall einen Bären, der mit brünstiger Gewalt noch den Stier zu Boden ringt. Aber wir sehen auch im Hintergrund schon einige Stiere, die das Ganze erstmal nur beobachten und sich noch zurückhalten. Das Bild habe ich erstellt, zum ersten Mal übrigens, überhaupt per KI, also per Computeralgorithmus, habe gesagt, ich möchte bitte ein Bild. Computer, bitte male mir ein Bild mit einem Bären, der einen Stier besiegt oder bekämpft, mit Stieren im Hintergrund auf einer Weite, auf einer schönen blühenden Weite. So, das hat er ausgespuckt. Ist beeindruckend, oder? Das hat kein Mensch gemalt, das hat keiner fotografiert. Das hat ein Computer einfach programmiert, weil ich ein paar Stichwörter mit reingesetzt habe. Das Bild hat es noch nie gegeben, das wird es so nie wieder geben in der Form. Selbst wenn jemand das gleiche Bild nochmal anfragen würde, würde er nie dieses gleiche Bild wiederbekommen. Und von daher ist es schon ziemlich beeindruckend, was eigentlich so geht halt momentan. Aber das soll gar nicht Thema sein. Ich wollte bloß sagen, warum das Bild mal ein bisschen anders aussieht, wie die Bilder, die wir sonst haben. Sonst sind es ja eher Fotografien, die ich ja einbringe. Jetzt ist es mal ein gemaltes Bild. Ich wollte es mal probieren. Ich dachte, ich bin so schneller, wenn ich mit den KI-gestützten Bildern, aber so richtig kann man das eigentlich auch nicht sagen. Denn das ist ungefähr das 50. Bild, was die KI ausgeworfen hat, bis ich gesagt habe, das gefällt mir. Die anderen Entwürfe, die haben mir alle nicht zugefallen. Auch wenn man hier guckt, wie viele Finger der hat. Natürlich ist das auch nicht, aber es ist egal. Es symbolisiert perfekt das, was ich hier eigentlich rüberbringen wollte. Und das, was da jetzt ein bisschen so runter oder untergegangen ist, weil ich jetzt auf die KI so eingegangen bin, ist, dass wir uns ja immer mehr dem Anfang November nähern. Deswegen passt es ein bisschen auch auf. Die Leute werden gerade momentan sehr, sehr stark darauf konzentriert, dass sie glauben und meinen, auch verstanden zu haben, dass die Abwärtsbewegung jetzt wirklich rein der Israel-Geschichte geschuldet ist. Macht da ein bisschen Vorsicht. Das ist das Gleiche wie immer. Ja, das Gleiche wie in allen Situationen. Es fällt denjenigen, die den Markt kommentieren, natürlich ultra einfach, in dem Moment, wo ein solcher Fall vorliegt, das übereinander zu legen. Das heißt, wenn man jetzt einen Marktteilnehmer fragt, ja warum ist denn der Markt heute gefallen und er weiß es nicht, dann sagt er bestimmt, wegen Israel, Punkt. Alle sagen, nicken mit dem Kopf, naja, klar, wäre ich auch selber drauf gekommen, ist ja naheliegend. Ende vom Lied ist aber, dass wir dieses Bewegungsverhalten, dieses Bewegungsmuster, dieses Abgleiten eigentlich immer, jedes Jahr drin haben, zu der gleichen Jahreszeit, völlig egal. Selbst wenn positive Nachrichten drin sind, macht der Markt das genauso. Wenn andere Nachrichten drin sind, das ist jedes Jahr irgendwas anderes. Aber der Markt macht immer wieder das Gleiche und deswegen lasst euch da nicht zu sehr ins Boxhorn treiben, dass ihr da jetzt das zu sehr mit diesen Nachrichten verkettet. Denn was sehr, sehr, sehr häufig an der Börse zu beobachten ist, ist, dass der Markt dann irgendwann anfängt, seinen Tief zu finden. Die Nachrichten werden aber nicht besser. Sie werden vielleicht sogar schlechter. Der Markt steigt dann in diesen schlechten Nachrichten wieder komplett an. Und erst wenn der Markt am Hoch ist, ja, und den Großteil dieser eigentlichen Rücklaufstrecke dann schon absolviert hat, erst dann werden die Nachrichten wieder positiver. Ja, und wir erleben das eigentlich immer wiederkehrend, egal um was es dabei geht. Das ist vollkommen buggy, welche Nachrichten das betrifft. Ob es da um Zinsen, Gold, Öl, Ukraine, Covid oder was weiß ich nicht alles geht. China, Nordkorea und was es nicht immer alles so zu bieten hat. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, dass die Leute dann in der Aufwärtsbewegung, aber weil sie ja gelernt haben, in einem gewissen Abschnitt, wo der Markt gefallen ist, wurde ihnen vermittelt, das liegt jetzt an den schlechten Nachrichten aus Israel. Und wenn der Markt dann steigt, gehen sie davon aus, der muss jetzt weiter fallen, weil die Nachrichten ja noch schlechter werden. Und das ist immer wieder das Gleiche, der Markt fällt dann aber nicht nochmal. Der hat dann irgendwo seinen Tief gefunden, hat sich stabilisiert, ist aufgedreht und läuft dann irgendwann einfach nach oben raus, geht um die Jahreszeit dann hier so ein bisschen in die Jahreseintrallye, fängt an wieder ein bisschen Punkte aufzumachen und die Leute handeln die ganze Zeit dagegen. Das ist immer wieder das Gleiche und ich kann das so einfach nur mitgeben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt hier dagegen stellen muss. Also das wäre dann auch falsch verstanden. Ihr sollt bloß aufpassen, wenn der Markt anfängt zu drehen, wenn er wirklich anfängt, Signale nach oben zu treiben, dass man dann die Nachrichten einfach im Kopf ausklammert und da auch vielleicht gar nicht mehr drauf guckt, dann guckt man halt einfach mal eine Woche nicht mehr Handelsblatt NTV und so weiter und so fort, auch wenn es einigen schwerfällt. Aber es tradet sich dann viel, viel, viel leichter. Das kann ich euch definitiv versprechen, weil ihr dann viel, viel, viel offener für die anderen Seiten seid. Am Freitag hat das nicht geklappt, was wir gesagt hatten für eine Kontaktebewegung. Wir hatten gesagt, wenn er hier nach oben treibt, wenn er sich rüber drückt, wir hatten gesagt 15.000, 15.50, wir hatten gesagt über 15.100, dann gibt es Kaufsignale, dann gibt es Signale nach oben. Das ist ja überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Der ist ja von Beginn an nur nach unten. Hat das Kästchen hier voll gemacht. Kästchen ist vielleicht auch noch ein Stichwort. Da hat einer gefragt, hey Martin, von was für Kästchen sprichst du, Junge? Die sind gemein. Guck mal, ich mache es dir mal in Grau, weil ich vermute, dass vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche vorliegt und das Kästchen deswegen nicht wahrgenommen wird. Diese Kästchen hier sind gemein gewesen. Damit leiten wir letztendlich so eine klassische ABC-Formation ab. Also, dass sich der Markt in einer Folgebewegung an der davorigen Bewegung orientiert. In dem Fall war es hier eine Abwärtsbewegung. Das heißt, nach Erholung orientiert sich der Markt wieder an dieser vorherigen Abwärtsbewegung, um so ein bisschen zu ermitteln, bis wohin das dann gehen kann. Das ist ein gut funktionierendes Mittel. Zumindest hat es der DAX in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gezeigt, dass es ihm insbesondere dieses Jahr viel, viel Spaß macht, diese zwei gleichen langen Wellen zu spielen. Das haben wir ganz, ganz, ganz oft gesehen, dass wirklich punktgenau angelaufen wurde und dann wurde gedreht. Und das Ziel haben wir jetzt hier erreicht. Ja, also unser Ziel 14,830, das ist damit jetzt bedient worden. Und man hat gemerkt, die 8,50, die 8,20 wurde sehr, sehr, sehr genau angenommen im Tief. Ja, das hat der Markt sehr schön gemacht, aber es hat nicht gereicht. Den hat es hier wirklich noch richtig nach unten gelegt. Wahrscheinlich mal die ganzen Verfallstagsleute, die hier davon ausgegangen sind, 15,500, 15,700, ne, die werden besonders aggressiv jetzt am Verfallstag agiert haben, weil sie sich ja sicher machen, dass der Markt hier irgendwie hoch schließt oder 15.000. Egal wann, wo ich jetzt die letzten Tage, Wochen, jemanden was zum Verfall schreiben habe hören sehen, war immer die Aussage, dass der Markt ja höher schließen muss zum Verfall, weil die Verfallstagsoptionen irgendwo da oben sind oder so. Also ich beziehe das ja ohnehin schon nicht mehr ein, weil das zu oft einfach nicht klappt. Aber war einfach so, ne. Egal wann, wo, wer, wie bei uns jemand was geschrieben hatte, wegen Verfall, muss der Markt da abrechnen. War immer höher und nun hat er komplett nach unten durchgepeitscht. Das Verhalten haben wir auch schon sehr oft gesehen, dass der Markt insbesondere zum Verfallstag sich so fallen lassen hat. Und er ist fast eigentlich immer am Montag dann in den Kontag reingegangen, ja. Erinnert euch mal an, wann war denn das? Letzte oder vorletzte Woche hatten wir sowas auch schon mal. Da hatten wir auch schon mal so einen schwachen Freitag. Da habe ich euch auch gesagt, also das haben wir schon oft gesehen, aber eher an Verfallstagen, ja, so haben wir es gesagt. Und dann läuft der Markt oft an einem Montag erstmal in eine Konterbewegung rein. Deswegen macht er ein bisschen vorsichtig. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob es letzter oder vorletzter Freitag war, war der Montag, der danach kam, aber tatsächlich dann so ein Kontermontag. Ja, das heißt aufwärtsgap. Und dann hat er das Gap sogar offengelassen und durchgelaufen nach oben den ganzen Tag. Heißt für mich, dass ich hier am Montag als erstes gleich am Morgen gucke. Wo kommt der DAX rein? Kommt mir der DAX über 800 rein? Und drückt sich zeitlich wieder über 8,30. Dann würde ich davon ausgehen, dass er unser Kästchen definitiv hält und hier bloß versucht hat, per Tagesschluss, per letzte Stundenkerzenschluss, das zu faken, also ein Fehlsignal zu stellen. Ja, wenn es den DAX aber früh, gleich am Montag wieder über 8,30 hebt und der kann sich über 8,30 halten, also drüben über 8,30 halten, heißt, wenn er jetzt 8,50, 8,60 erreicht hat und dann fällt zurück auf 8,30, dass er sich von dort wieder abstößt und wieder nach oben arbeitet. Wenn wir sowas sehen, dann traue ich dem Montag zu, dass er den kompletten Freitag ausgekontert kriegt und gut und gerne bis 9,50, 9,60, 9,50 definitiv wieder ansteigen kann. Ja, also gelingt es dem DAX, sich über 8,30 wieder drüber zu heben, über 8,30 zu bleiben, rechne ich mit einer Konterbewegung in die 9,50, 9,60 rein. Für das erste. Im zweiten Schritt wäre am Dienstag dann dran, in die 15,50 reinzutauchen. Ja, 15,30 oder 15,000, 15,50 reinzutauchen. Ja, und dann hier wieder an der 15,100 sich zu probieren. Wahrscheinlich klappt das im ersten Anlauf nicht, aber das wäre dann das Folgeprogramm für den Dienstag, wenn der Montag sich positiv zeigt. Ist der Montag aber nicht positiv, kommt nicht per Aufwärtsgap rein und zeigt sich nicht stark. Heißt das nicht, dass der steigen muss, dann fällt er weiter. Oder egal, wie die Nachrichten in Israel sind, egal, ob die schlechter oder besser oder schlimmer werden. Versucht das wirklich ein bisschen auszuklammern, auch wenn es die letzten Tage gut auf die Nachrichtenlage gepasst hat oder hier andersrum, die Nachrichtenlage gut auf das gepasst hat, was der DAX gemacht hat. Denn im Endeffekt wird es ja nur drüber gelegt. Die Leute, die in dem Markt kommentieren müssen, gucken, was ist heute in der Welt passiert. Und wenn der Markt gefallen ist und da irgendwo Krieg ist oder wie auch immer, wird es immer assoziiert. Das haben wir schon immer drin. Habe ich vorhin schon erzählt. Egal, um was es da geht, das macht man einfach so, weil die Leute das immer glauben. Und dann sind sie beruhigt und dann haben sie einen plausiblen Grund. Dann sind sie zufrieden, sind glücklich und geben sich damit auch Genügsamheit. Das ist okay dann für die und dann verfolgen sie nicht weiter. Dann haben sie diese innere Unruhe nicht mehr nach dem Motto, ich möchte halt wissen, warum der Markt fällt. Dann haben sie eine Antwort dafür und dann ist das gut. Aber wir als charttechnische Trader müssen uns davon komplett lösen. Weil wir wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Der Markt bewegt sich, wie er sich bewegt. Und die Nachrichten liegen am Ende nur mehr oder weniger gegenüber. Ich weiß, dass das ein Punkt, der immer wieder viele Kommentare auch bringt, wo die Leute auch sich immer wieder dran stören. Aber ich muss halt hier als Charttechniker meine klare Linie machen. Ihr könnt das zusammenlegen, wie ihr das möchtet an sich. Aber ich darf die Nachrichtenlage nicht mit einbeziehen. In dem Moment, wo ich euch eine technische Analyse auf Chart-Ebene bringe, das wäre formal nicht richtig. Würde ich als technischer Analyst auch bei einer Prüfung, wenn ich für eine technische Analyse eine Prüfung ablege, darf ich die Nachrichten dort nicht mit einbeziehen. Denn es wäre formal falsch. Das macht man nicht als technischer Analyst. Wenn ihr das für euch machen wollt, könnt ihr das ergänzend hinzunehmen. Ich würde es aber nicht empfehlen. Ich denke, es bringt öfter Nachteile, weil die Leute eben, wie ich das vorhin schon erzählt habe, dann auf Basis der Nachrichten immer wieder gegen den Trend handeln. Das funktioniert nur phasenweise immer mal gut, aber dann eben den Großteil eben nicht mehr. Fällt der Markt jetzt aber weiter? Dann haben wir hier im Bereich 700, das ist ein bisschen tiefer, haben wir im Bereich um 700, 6,70, 6,60 haben wir diese Aufwärtstrendlinie, 6,50 besonders, sodass man sagen kann, zwischen 6,70 und 6,50 ist nochmal ein richtig schönes Zielfenster, in das er eintauchen kann, von wo er aus nochmal eine Erholung bringen könnte. Hält auch das nicht? Gehen wir tiefer. 6,50 haben wir gesagt, 6,70, 6,50, danach kommt die 5,40 und danach kommt die 4,45. Könnt ihr euch auf den Zettel schreiben, 5,40, 4,45 und der Bereich um 6,50 oder hier 6,40, 6,70. Das sind die nächsten Zielbereiche, wenn unser DAX jetzt weiter nach unten durchfällt und hier durchgereicht wird. Das heißt, solange wir einen weiter schwachen Markt sehen, solange er weiter nach unten treibt, darf man hier auch noch die Position suchen und man muss hier auch ganz klar sagen, bricht der Aufwärtstrend in dem Fenster um 6,70, 700, sollte fast schon davon ausgegangen werden, dass ein Gap-Kloss in dem Bereich um 14,200 erreichbar ist. Ja, das muss euch klar sein, wir haben hier dann einen Trendwechsel und wenn der Aufwärtstrend seit letztes Jahr November bricht und in einen Abwärtstrend überwechselt, ja, in dem Moment hier, wo die Linie dann auch brechen muss, man davon ausgehen, dass der Markt auch nach unten beschleunigen kann und dann läuft immer wieder Gaps an. Ja, das heißt, wir haben hier ein erhöhtes Fallrisiko nach unten. Eignet sich natürlich auch hervorragend für den Fehlsignal im DAX. Da müssen wir jetzt sehr, 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 sehr genau hingucken, sehr, sehr, sehr genau auch die Konter bewerten die nächsten Tage, denn ich vermute fast, dass wir hier eher ein Fehlsignal kriegen und der Markt nach oben hoch geht. Oder vielleicht sogar schon am Freitag das Fehlsignal gestellt haben, nehmen wir diesen Stundenstoß hier drüber und der jetzt nach oben schießt. Aber wie ich euch das schon gesagt habe, ich achte da sehr, sehr, sehr genau darauf. Kriegen wir hier ein Aufwärtsgap, drückt er sich über 830, drückt er sich über 800, dann glaube ich daran, dass er gut wieder nach oben erholen kann. Seht, sehen wir das aber nicht, bleibt er unter 87, dann ist das für mich short, dann handelte ich da auch short. Auf die nächsten Ziele hin, die dann da eben unten liegen. 700, 670 und dann Stück für Stück eben tiefer bis im Worst Case, sogar Direktanlauf, wenn er zwei, drei schwache Tage hinstellen will. Letzte Tief bei, was ist das hier, 14.460 rum und dann haben wir hier noch ein offenes Geld bei 14.200. Das sind dann schöne Anlaufstellen, die er erreichen kann, wenn er jetzt hier wirklich weiter abkleckert und dann reicht es wirklich Montagfrüh einfach schon zu gucken, wo steht er, wie kommt er rein, geht er über 800, geht er über 830 oder bleibt er da runter, stößt er sich von dort noch nach unten ab und wenn er sich nach unten abstößt, dann wird erstmal mit dem Trend gehandelt und dann wird auf die weiteren Ziele noch gezielt und da unten noch die Punkte gesucht, bevor wir kein Umkehrsignal kriegen und nicht über 800, 830 sind, sollte man da auch vorsichtig noch mit Longposition machen und wenn man die Longposition macht, dann müssen die auch klar abgesichert werden. Da gehört ein Subloss rein, damit man dann eben nicht irgendwo bei 14.200 steht und einen alles um die Ohren fliegt, nur weil man hier nicht irgendwo einen Subloss reinsetzen wollte. Das ist auch ganz wichtig. Gut Freunde, damit wäre ich mit meiner Analyse soweit durch, heute ein bisschen mehr, aber ich weiß, das ist, also in solchen Situationen fällt es vielen immer schwierig, insbesondere auch, weil sie sich dann eben vor der Nachrichtenlage verklemmen lassen. Das funktioniert in der Bewegungsphase ganz gut, wo das noch synchron ist. Ich möchte euch bloß darauf vorbereiten und deswegen habe ich dafür heute so viel Zeit aufgebracht, dass das eben nicht immer der Fall ist und dass es am gefährlichsten für die Leute ist, wenn es sich entkoppelt, wenn die Nachrichten sich dann wieder von der Marktbewegung entkoppeln und ihr müsst halt das traden, was der Markt dann vorgibt und nicht wie die Nachrichten sich weiterentwickeln. Das funktioniert nachweislich nicht. Ja, das ist immer, 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 immer wieder das Gleiche. Ja, das sehen wir so, 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 so oft, dass die Leute sich dann irgendwann in die Nachrichten verrennen. War Corona als beste Beispiel. Viele haben runter zu gar nicht so viel verloren. Die haben hoch zu den Großteil ihrer, ihrer, ihrer Einlagen verloren, weil sie dann immer wieder Short versucht haben mit irgendwelchen Hable-Zertifikaten, CFDs oder Futures oder was weiß ich. Die haben hoch zu immer wieder versucht, in die Bewegung reinzuschorten. Die ganze Aufwärtsbewegung in der Corona-Bewegung, weil dort ja die Nachrichten schlecht wurden. Ne, erinnert euch da dran. Als Corona hier runter ging und ging das so schnell, da haben viele gar nicht so viel verloren. Die haben alle, wo war das hier? Wo war das? Das war, das war noch später. Ja, hier, hier hoch zu. Da haben die meisten die Kohle verloren. Das war das schlimmste Stück für alle. Da sind die, da sind die ganzen Lockdowns alle gekommen. Es wird immer schlimmer. Man dachte, ja, jahrzehntelang wird das katastrophale Folgen für die Wirtschaft haben. Und der Markt ist einfach gestiegen, gestiegen und haben, alle haben dagegen Short geballert. Die ganze Zeit. Das ist das populärste Beispiel. Aber da kann ich nach rechts durchgehen, da kann ich nach links durchgehen. Es ist immer, 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 immer wieder das Gleiche. Und die Leute diskutieren immer wieder auf die gleiche Art und Weise dagegen, wehren sich, das verstehen zu wollen. Aber dann kann ich auch nicht helfen. Ich kann es bloß probieren, euch aufzuzeigen. Ob ihr es dann annimmt oder nicht, das ist dann euch überlassen. Gut. Von daher, ich mache hier zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Montag und die kommende Woche und macht was draus. Bleibt vernünftig und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.